So, zu dem angekündigten Infovideo, ne, hier Titan Quest, Emerald Shrown, man kann es zocken, man kann es auch lassen. Hier, das meine ich mit Bildfehler, das meine ich mit Glöcherich, und das habe ich in diesem Spiel in Sims 3, im Titan Quest nochmal, also nur das da, das ist hier eine Erweiterung. Na, Add-on sozusagen, ich, wenn jemand von euch weiß, warum das so ist, bitte sagt es mir, ich habe keinen Plan, es regt mich nur auf, das finde ich echt scheiße. Danke schon mal im Voraus, ich freue mich auf weitere Videos, wenn das Spiel ein Thema wieder funktioniert, werde ich es jetzt playen, euer LeFischi hier und das war's, ciao.